ähm, ja, despawn auch hier war nicht? dauert das lange um diesen scheiß despawn besonders, wenn das hier alles so verzweigt ist boah, diese Bäume sind nicht geil abzuhacken, ja wenn man vor allem hier noch irgendwo Stämme dann dazwischen hast aber willst du davon den Dornwalder weg machen? nur diesen komischen abgeflachten Walther äh mach ich ja gerade so, ähm, mach ich mal kurz so ja, ich weiß, warum der leckte, den die Sponsorblätter ich kenne das ansetzlinge okay das nicht connected ist ähm, düm, 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 düm düm, 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 düm ey, what the fack, wie viel ist das denn noch? oh, sch** ok da kannst du nicht lange darauf warten, bis du alles abhackst nein, ich mein, viel zu viel noch ich muss auch mal durchrodern ich muss auch mal durchrodern boah, leck hm leck jetzt leckt das grad so ein bisschen ja, der die Sponsorblätter das eigentlich sein kann weil ich ja innen drin einfach so eine diese Treppe bauen, ne das halt immer hochkomme äh dann ich könnte ja auch hoch bauen oh, Pilze ich könnte auch hoch bauen und dann alles runter bauen aber ne nein mein, machst du das halt so, dass das immer schön nach und nach despawn ja naja, ist klar, Flush glaub ich ich weiß gut ja, was reicht das mir despawn hier ähm ja zack du du es gibt ja nicht die Funktion hier einmal abhacken oder einmal baum abhacken und die Achse geht kaputt mhm musst du mal einfach, müsste der Baum unten verheilen eigentlich ist es ja auch korrekt, du machst ja du hachst ja nicht jeden Stamm auseinander ja, aber die haben wir ja nicht drin ne, du hachst ja unten an den Stamm ab und dann kommt alles runter mhm oder was auch geil wäre, wenn wenn du solche Bäume hast und der teilt dann irgendwie bei Minecraft das immer noch in drei Blöcken auf und die kannst du dann erst auseinandernehmen mit einer Säge noch ja, ist klar ja was denn, du brauchst eine Axt um den Baum zu fällen dann kommen da immer so dreier Blöcke runter die fallen dann da und du musst ja mit der Säge auseinandernehmen oder kriegst du im Inventar solche Blöcke mhm die raussagen kannst du drei dreimal eins lange Holzblöcke oder Holzstämme Kantenhölzer meinst du ja nicht Kantenhölzer, da sind ja noch Stämme, ne sind ja dann noch Stämme nur halt schon mal unterteilt ja ne, Kantenhölzer um reinzuschlagen das das sind ja Keile weiter, dass du das dann das kannst du dann mit einer Spalte Axt machen umschubsen kannst haust du einmal schlägst einmal mit der Hand dagegen und dann kippt das Ding um ne, ne mit der Axt hackst du den Baumamt dann wird er kleiner, ne dann kriegst du so Stämme im Inventar und die Stämme muss man in der Säge kaputt machen mhm da war die Schere kaputt aber das geht eindeutig schneller krass ähm kann man denn nur aus Alzen oder auch anderen Sachen machen Schere nur aus Alzen ok da durchgehen das jetzt um einige schneller ach krass Blätter abgemacht ja ja heißt es auch schneller geht Feuerzeug dranhallen mhm was denn? ja wir wollen ja das Holz haben ja mein Gott Autsch komischen Bäume immer doch ich hab keine Axt mehr wird es dunkel eigentlich? ne noch nicht ok und dann geht da bäummelig unter soo boah die die bäume die so klein sind auf dem Boden sind da kannst du kaum sehen wo die ganzen Stämme sind mhm oder teilweise sind sie da noch im Boden drin da denkst du ok farbst alles ab ok im Boden ist auch ein Scham drin ja das meine ich ja damit dann musst du erstmal suchen wo ist denn jetzt noch einer das wirklich alles despawmt danke und so scheiße darum hab ich mir auch eben die Schere gebaut gehabt ähm ich finde die Musik voll geil ähm äh äh ähm den 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 was hast du nicht gesagt doch habe ich was denn der baum ist kaputt ich kann nichts dafür dass das jetzt ist die sport jetzt auch kein einfacher sagen sie mal dafür habe ich jetzt aber auch fast drei stecks zum bauen für carpenter blöcke wir haben auch noch holz und da so wie hier an ecke wahrscheinlich da da noch die lecke geht mir gerade auf den sack es leckt nicht mehr mehr soll es die da noch dunkel ist das von morgen geht ja schon auf nach der wisse von cg na ja das war so wie dieser so die kann ich glaube ich aber den komposter mit euch die blöcke bauen und dann habe ich auf der werkbank rausgeklickt immer das beste was passieren kann so 20 treppen das reicht ich glaube den schüssel brauchte ich auch noch warum gibt es hier baumwolle bin ich schwarz oder was ja bist du hallo soll deine eigene baumwolle ein weil ich die gerade geerntet habe für deinen charakter gibt es auch extra baumwoll fällt für mich auch für meinen charakter dass maximal pigmentiert meiner hat schwarze kleidung ja genau und poli externe ja ja genau und ostern ist auch bald muss dann ist nächste woche ich weiß was ist nächste woche dafür die die aufnahme sind nicht mehr schon schon neujahr bestimmt das wäre natürlich auch brutal nimmst ein projekt erst mal ein bisschen nur hier auf ja ist klar wir würden das sogar hinkriegen wir beide das ist ja das problem ich möchte die easy weg ich kann es doch einfach haben so hier haben wir zwei dann haben wir von denen blablablada blablabla du do shocky d rot auf den kopf dann passt das doch ich dachte wenn es gewesen und die anderen ja noch nicht und gott nichts ich setz mal kisten und alles um bist du bist du beim haus er wohnt beim haus ich komme jetzt wieder zum dingen zu den da wolltest du hier kommen hier hier vorne was hin machen weiß nicht hätte ich so vielleicht paar büsche oder so weil er mache ich erst mal die betten und so hierhin ich brauche den platz dahinten ich will weiter ausrasten warum machen wir warum macht man eigentlich die felder nicht so so schräg jetzt hier hoch so ein bisschen weißt du den berg also das sind das ist total und da hinten nein aber so hoch hier sowieso so stufenmäßig weiter nach oben hier bauen was acht weiß nicht so acht felder oder so dann gehst du wieder eine stufe höher und acht feld das ist so warte doch erstmal lass mich jetzt mal die ganzen scheiß umsetzen erst mal brauche ich etwas zu fressen damit ich auch rennen kann sonst dauert es jahre so obwohl hatten wir genug leder warum ja ich habe nicht genug leder in der tasche wir haben genug leder wenn du mal geläht dann hast du jetzt gleich zwei extra habe ich ja die habe ich habe ich werde ja aber die musik gerade vom spiel so eine medel das ist mir scheiß egal ganz ehrlich und mich dafür claim muss sie doch nicht monetarisieren glaube aber das macht er nicht das ist mir latte mag die musik glaube aber er klemmt dafür nicht selbst wenn ich muss es ich monetäre sie es dann einfach nicht mehr ja immer wieder geht es wenn ich auch große finde ich auch große sind körperdeur 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 Karpador Äh, was Karpador? Karpador, Karpador Da ist noch ein kleines Fenster rein, passt das? Da ist alles da, ja So Okay 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 Ähm Nein Das, das, das Das, das, das Nein Das Das Das, das, das 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 So Äh Ich hab Bocker Ich hab Bocker Ich hab Bocker Ich hab Bocker Crash, Crash, äh Ich kenn schon Kasui Musik doch Ich hab Bocker Ähm, ne, das nicht da rein Da rein Da, da, da So So Ich mach jetzt aber so So Das kommt da, das kommt da Da Komm nicht durch, da rein Verdammt Das Haben wir echt zwei Mix-Symbol? Hm? Zwei Mix-Symbol haben wir Alles zwei eine gefunden gehabt, oder was? Ne, ich hab glaub ich mal zwei gemacht aus Versehen Achso Boah, die sind nicht stackable, ne? Das ist voll zum Katzen Ja Jo Er muss von unten da, wegen dem Kapp in der Dingern Das, das 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 So, nochmal hier drunter Erstmal ne Fackel So, kommt da rein Das, das Das Du hast mal genäht an Nein Hab ich nicht Seh ich doch Lügt mich Wollt er lügen wollte Reicht das, wenn ich hier sage, okay Reicht doch, wenn ich dann Slaps-Dinger dahin mache Reicht doch, wenn ich dann Slaps-Dinger dahin mache So Das Einzeln Okay So, das ist schon wieder dunkel Dunkel Mir ist es egal, kannst du in der Nacht arbeiten, weil ich an die Mine runtergehen wollte Dann Ob Tag oder Nacht untergehen Ist egal Ja, komm ich tags wieder hoch Komm ich tags wieder hoch Aha Ja, ich muss hier aber grad umräumen Das ist halt das Problem Ja, ich schmeiß dir einfach mal was ich nicht brauche in die Kisten rein Hä? Ich schmeiß dir grad alles rein was ich in den Kisten habe was ich nicht Oder in den Händen was ich die brauche Ja, schön Alter Sack Warte, was will ich da sonst mit? Ich räum das ja nicht grad alles um, ne? Na, ach Gott Das machst du doch gerne Ah, du mich auch Worni, 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 worni Worni, 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 worni Erstmal zehn verschiedene Bambusarten Hauptsache ich habe es mitgenommen, ne? Ja, ja Ist doch kein Ich weiß nicht, ob von jedem Bambus was anpflanzen Ja Aber einige Muskeln speziell anpflanzen Ja, aber deswegen habe ich ja hier Ich habe es fast glaube ich vieles Aber ich habe viele Sorten schon mitgenommen Hm Weil ich diesen Blue Ich fand diesen Blue ganz geil Und den will ich vielleicht mal vorm Haus pflanzen oder so mal schauen Na, benn schnell 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 bennen Ja, schon wieder 40 Minuten, ey So Ja, 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 ja Oh Das wäre der falsche Button Wollte ich nicht klicken, ich wollte das klicken So Das 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 Ding, ding Hey Hey Minecraft Boosting Geht Hier Was Du Weißt du ich alles rein Danke Bitte Bitte Ich hab den Mist auch brauch Ne? Das sieht ihr Mist auch, wo sind meine Neh, meine Suppenschlüssel, habe ich irgendwie mit der Ich hab meine Suppenschlüssel damit Ah ja, nehmt ihr meine Suppenschlüssel auseinander Ja So Das war eine Grundernährung unterwegs suppen so holz bräuchte noch eine spitze habe ich noch eine gute musik bei bei diesen koppel weit music alles klappt einmal durch ins inventar steine so okay yum 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 so yum yum yum